Willkommen hier zurück zu South Park, the stick, hoppala, off the roof. Und wir machen ja noch mal wieder weiter mit dem ganzen, dass das hier brennt. Schlafen wir mal ganz links rüber. Ja jetzt können wir uns hier rauf teleportieren. Au, das war wehgetan. Kommen wir furzen mal das Ding, das brennt. Ähm, nix Alien-Sonde. Ich will furzen. Ja, endlich. Halt, da rüberlaufen, bevor es wieder brennt. Was hat er denn so bei sich? Weltraumgeld. Verteidigungsmetrics. Mist. Greifen wir hier natürlich auch mal mit Feuer an. Das macht er bestimmt nicht. Und da brennt er auch schon. Raumfahrt-Taser, wow. Das hat ja wie getan. Der war ja relativ schwach. Macht da ein Weltraumgeld. Oh, da werden wir ja noch reich. So, was haben wir da? Wie um den Hülswillen kommen wir denn da rein? Können wir hier irgendwie? Ne, nicht wirklich, ne? Nein! Es werden also die Dinger hergestellt. Hoppala. Ah, schau sich das meine an. Man sollte nur logisch nachdenken. Machtraum, Weltraumwelt. Das ist Kotz-Grücken-Preis. Ha! Ist ja geil. Okay. Ich verstehe das nicht. Aber ich würde mal sagen... Okay, wir gehen da mal runter. Schauen wir uns das Ganze... Ja, von hier unten an, da können wir auch noch hin. Schauen wir... Ja, wir können uns da... Moment, Moment, Moment. Was sind wir da unten? Was passiert da? Ah, geil! Hat es den zerfetzt. Jetzt müssen wir gegen die nicht kämpfen. Das ist ja schon mal gut. Geile Sache. Zack, zack! Okay, machen wir hier mal eine Strahlen-Buff her. 75. Oh nee, jetzt hat er auch noch ein Schild. Aber das machen wir natürlich gewusst kaputt. Nämlich ganz vollständig. Gut, jawoll! Easy! Easy, 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 easy. Easy, 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 easy. Zzyzyzyzyicking! Ha 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 ha! Gut. Und jetzt? Neee! Cool. Gut. Gut. No more! No more, please! You're gonna have to find another way! Hmm... Aha. Eine Light. Day 4. I've looked everywhere, but I can't find anything to eat. Or a clue to get me off the ship. Just more audio logs. They're everywhere. For some reason, I listened to every minute of every one of them, thinking there'd be some useful information. But it's like they're just filler. Useless filler! They're filler that's driving me to madness! Okay. Why is it coming so quickly? Okay. I didn't want you to have to do this, but there's one more console you can try in that room across the bridge. The alien who works there is really tough, so be careful and remember to use electricity! Oh! Oh! Move! 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 Okay, wir machen erst mal den hier... Mist, hat nicht so ganz gelandet. Doch, wie gesagt. Oh, er hat es ja in sich. Pass auf, machen wir den hier platt. Sieht gut aus. Okay. Ui, das ist so eine Art Boss, ne? Gesundheitstrang groß, aber riesengroß, bitteschön. Oh je, so groß war der ja gar nicht. Oh je, wir haben hier auch nichts. Dann nehmen wir hier einmal die zerschmetternde Keule. Zack. Okay, wir haben seinen Angriff vor, genau. Zorn im All. Oh scheiße, der hat wirklich richtig viel Zorn. Dann haben wir das Gegenstand. Gesundheitstrang groß. Gegenstand, den nimmt er uns natürlich wieder hier. Das sieht ja schon besser aus. Eine Fähigkeit haben wir nicht. Dieser Ding bringt es wahrscheinlich auch nicht, also machen wir das hier nochmal. Zack. Oh. Okay, Fähigkeiten verringert, gut. Fähigkeit haben wir nicht. Dann nehmen wir einen Gegenstand mit einem Manatrank. Schwupp, 15. Und dann greifen wir hier einmal mit Feuer an. Das ist ja mein Lieblings-Mana. Ja, ist ganz in Ordnung für das, dass er jetzt brennt und wieder neben sich nimmt. Oh. Da brauchen wir natürlich wieder einen Gesundheitstrang, ne. Ist natürlich ganz logisch. Dann einmal hier diese Fähigkeit. Nein, nein. Der brennt ja schon. Komm, wir machen hier mal das Strahl-Ding. Naja. Nein. Boah. Das ist echt hart, also. So. Dann haben wir hier nochmal einen großen Gesundheitstrang. Sicher ist sicher. So, und dann greifen wir hier noch einmal an. Zack. Ah, okay, gut. Hätten wir noch nicht gebraucht, aber sicher ist sicher. Was hat der denn so dabei? Zerstörte Laserpistole. Dann hat der hier ein Alien-Handschläugendes. Gestaltstück. Gestaltstück und Weltraumgeld. Jetzt. Hey, das war's. Der Klüder von einem System noch Schiff gehören. Ah, okay, okay, okay. Alles easy. Ähm. Ja, gut. Irgendwie gut. Zurück nur. Lalalala. Lala. Hui, da geht's ja runter. Hm. Hm. Wie lange wir befreien denn erst einmal? Wenn wir dann da nicht mehr runter können, haben wir halt Pech gehabt. Grün. Gelb. Hä? Bläuer. Ah, okay. Oh, no, not that way. Oh, no, 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 shut up. So, Moment, Moment, Moment. Gelb, blau, gelb. Gelb. Achso, die zwei noch. Gelb. So, zack. Nein! Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Das kriegen wir hin. Gelb. Zack, zack. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Gelb. Oh, oh. Eins. 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 Zwei. Oh. Eins. Zwei. Zack. Zack. Ja! Ha, 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 ha! Oh, man. Dieser Pervers. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Ich glaube, dass wir wieder wieder treffen. Mr. Marsch besorgt die Kristallkram. Das ist das hier, ne? Betritt das Alien-Cockpit. Wo ist denn das? Ich glaube, da hat die Leiter hinunter. Ein Audiolog. Von dem stammen also die ganzen Audiologs. Ist ja schön zu wissen. Der hat es echt in sich. Einen Verschwörungspanel. Naja, wenigstens ist das hier ein 1 gegen 1 Kampf. Machen wir hier mal 8 MP. Machen wir mal Hilfe. Ach du Leber! Scheiße! Also betäubt. Können wir hier natürlich nochmal einen Mandatrank reinschmeißen. Und eine Klumpe Scheiße. Macht Trank, Verzeihung. Und dann machen wir hier einmal diesen Stock. Zack, wenn du den benimmst, stecke ich ihn mal ins Arschloch rein. Ach du Leber! Viel Spaß! Autsch! Scheiße! So, der greift wieder an. Nein, der hat uns besiegt. Gibt's doch nicht. Jetzt hat er uns doch glatt besiegt. Halt, wir können ihn auch gleich. Wir haben ja nicht umsonst hier so ein Furzding. Oder benutzen wir hier einfach den Pfeil um den Boden und schießen da hin. Wenn man das schon nicht leiser schläft. Scheiße! Autsch! Ach du Leber! 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 Das kriegen wir ja wohl hin. Mein Arm fällt ab! Pass auf. Darfst du ihn ja mal brennen. Ne, wir hätten ihn erst betäuben können. Und dann mit. Scheiße! Feuer beschädigen können, zack. Ne, gebrauchen wir ja noch. 64, das ging. Oh, der ist in der Penner. Brauchen wir wieder hier einen Gesundheitstrank Kurs. Dann machen wir hier einmal... Wanderstock, 62. Zack. So ist gut. Hier einmal das Strahlending. Das bringt ja gar nichts. Ich habe mir schon gedacht, dass das nichts bringt, weil... Ja, wie soll ich nur sagen? Er ist ja so ein Alien... Alienverschwörungskammer. Ist mir klar, dass der gegen Soraya in Waffen gerüstet ist. Aber es hätte ja sein können, dass es nicht so ist, ne? Einmal früh. Zack. Scheiße! Gut, ich glaube, wir müssen ja nochmal hier so einen Mannertrank einschmeißen, definitiv. Ne, kommen Klumpen scheiße, was er angewiedert ist. Ne, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Machtdrank. Machtdrank. So, dann machen wir einmal hier den Eierdinger, dann wird er betäubt. Wenn er wieder aufsteht und nicht brennt, dann machen wir nochmal das Feuer. So, betäubt, das haben wir. Doppelangriffen, wunderschön. Zack. Das lebt doch nicht mehr. Ach, schön. Gut. Halofolienhelm. Ist ja lustig, ne? Was hat denn so der Penner bei sich? Ich brauche eine Flasche, benutzte Spritze, wie eigentlich alle Penner. So, dann gehen wir da mal hoch. Komm. Sir Saft. Ah, ja, schau sich das mal an. Alien-Sonde. Wow. Sektenbroschüre. Äh, Sekt. Doch, Sektenbroschüre. Zerstört der Laserpointer. Wow. Alien-Sonde. Waffe. Das ist ja natürlich toll. Gegenstand entfernt. Weißer Kristall. Okay. Und jetzt? Hm. Wann müssen wir nun tun? Hm. Das ist natürlich noch eine berechtigte Frage. Was wir da tun müssen, ne? Gelb. Dann müssen wir da nochmal rein. Nee. Hm. Schwierig. Wie kommen wir hier nur rein? Ah, ja, okay. Wir haben uns ja praktisch reingeheckt mit dieser Alien-Arsch-Sonde. Batamodon, ne? Das hier verkackt. Ich glaub, die Erde. Wie leuchtender Schleim. Was haben wir da? Babyfagen, zack, kaputt. Manatrank macht dann normale Eiscreme. Okay, nehmen wir alles mit. Ähm, ist das so ein Chipokémon? Tatsache, die gibt's auch immer alle. Oh, oh. O-oh. Oh-oh. Das ist da. scheiße ja und die greifen noch an da gibt es doch nicht und wir haben beide 900 so wenig ab das zieht ja nicht all die welt das ist ja pervers scheiße ich glaube es ist wieder Zeit vom Cut oh nie oh fuck na toll abgeräuschen machen wir halt das hier nee wir können das Ding auch da drauf ah ok ok dann schalten wir mal das Ding hier an dann hauen wir ja nochmal den PC kaputt zack noch 50 nee was müssen wir hier machen oh scheiße wir brennen auch noch gut das heißt wir nehmen hier einmal den Gesundheitsdram klein ok dann werden wir hier noch einmal auf das Ding schmettern Mist Mist und jetzt? das haben die trotzdem immer noch da müssen wir jetzt angreifen das bringt doch schon ein bisschen mehr dann müssen wir hier natürlich wieder den Gesundheitsdrank groß einschmeißen der brennt der Kollege noch nicht jetzt schalten wir erst mal die hier aus ähm halt so zack das dauert aber noch ein Weilchen ach Gegenstand müssen wir halt hier wieder Gesundheit oh nur noch klein Gesundheitsdrang ist natürlich blöd das ist natürlich immer ein Hammer fetteres Ding Gegenstand gesundheit dran klein nein so Magie können wir nicht so Magie können wir nicht so Magie können wir nicht da müssen wir nochmal einen draufhauen wenn der Tod ist so Gegenstand da ist so ein Machtdrank zack Manna Stärke wir müssen uns hier durchboxen viel mehr durchfressen zack ok jetzt kommt der wieder mit seinem Feuerschrott das ist natürlich komm wir betäuben den einmal es ist so dagegen gibt es doch nicht ach ok es wird schwierig es wird schwierig es wird sehr sehr schwierig ja vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal